Hallo ihr Lieben, war der Roswell-Vorfall wirklich nur ein militärisches Experiment oder steckt doch mehr dahinter? Der unerklärliche Podcast mit Mrs. Fröhlich und Mr. Fröhlich. Ja, 120 Folgen später. Machen wir denn mal endlich das Thema Roswell? Ach so, ja. Großes Thema. Ja, vor allen Dingen ein Thema, wo man sich echt mal die Frage stellen muss, warum wir das bis jetzt noch nicht gemacht haben. Ja, weiß ich auch nicht. Wir haben Area 51 gemacht. Das ist ja so ein bisschen, eigentlich gehört das ja auch zusammen. Wenn man über Roswell redet, dann taucht irgendwie Area 51 auch auf. Aber ich weiß auch nicht, weil es gibt einfach zu viele Themen auf der Erde. Die Erde ist einfach an sich unerklärlich. Ich weiß gar nicht. Ich dachte auch, wir hätten schon längst alle großen Themen irgendwie mal abgearbeitet. Aber es kommen immer wieder neue. Es kommen immer wieder neue. Und ihr da draußen schreibt uns ja auch fleißig und gebt uns irgendwelche Themenvorschläge, was ihr, die es noch nicht getan haben, natürlich auch jederzeit machen könnt, indem ihr uns einfach auf unseren Social-Media-Plattformen folgt und uns dort entweder Nachrichten schreibt oder auf Instagram machen wir ja auch immer regelmäßig, stell eine Frage im Sinne von, dass wir halt Fragen oder Themen sammeln oder Fragen sammeln für irgendwelche neue, eure Fragen folgen. Jetzt war ich gerade ein bisschen durcheinander. Ist ja nichts Neues. Ist nichts Neues. Also deswegen folgt uns gerne, damit unterstützt ihr uns ja auch. Wissen wir, ist ja hier unser Standardspruch, wie bei allen anderen auch. Wer uns folgt, unterstützt uns. Achso, und denkt dran, Tellerrandwanderer-Merchandise gibt es ab sofort in unserem Spreadshirt-Shop. Da könnt ihr ja auch gerne mal nachgucken. Da haben wir einmal den Schriftzug und einmal das Logo und da gibt es wirklich alles von Basecaps, T-Shirts, Hoodies, Kochschürzen, Aufkleber, Teddybären, Kopfkissen, Federtaschen, Thermobecher, Tassen. Alles könnt ihr euch aussuchen mit dem Design. Damit unterstützt ihr uns auch und ihr bekennt auch ein bisschen Farbe. Ja, ich habe schon überlegt, ob irgendwie unsere eigene Community sind jetzt die Tellerrandwanderer. Und nur die, die dazugehören, wissen, was dahinter steckt. Das finde ich ziemlich cool, sowas. Das ist cool. So Insider-mäßig. Das ist ein richtiger Insider. Oder auch ein bisschen sektenhaft, wenn man das so möchte. Der ist unerklärlich. Ich möchte noch ganz kurz dazu erwähnen, da steht nirgendwo der unerklärliche Podcast. Nee, da steht einfach nur Tellerrandwanderer. Und das ist es ja. Das ist ziemlich cool. Ich mag sonst so auch T-Shirts, hast du glaube ich auch schon mal gesagt, wo man dann irgendwie ein Symbol oder eine Figur oder so hat, die nicht auf den ersten Blick erkennbar ist, was es ist, sondern nur die, die das genau kennen, wissen, wer das ist. Wie dein Rucksack zum Beispiel, den du letztes Jahr aus dem Urlaub gekauft hast. Ja. Äh, im Urlaub. Ja. Der ist ja auch nicht gleich ersichtlich, finde ich, dass das, was ist das? Star Wars? Ja, ne? Star Wars. Ja, okay. Na gut. Nur jetzt wollen wir natürlich nach Roswell. Genau, wir fliegen jetzt nach New Mexico in Roswell und sind im Jahre 1947. Da lagen wir letzte Folge falsch. Achso, was hatten wir nochmal gesagt? 56 hatten wir, glaube ich, gesagt. Achso, naja, gut. Okay. Ist jetzt nicht so schlimm. Auf jeden Fall ereignete sich in diesem Jahr dieser besagte Roswell-Vorfall, der mehr als in die Geschichtsbücher eingegangen ist, der so einen bleibenden Schaden hinterlassen hat, will ich jetzt wohl sagen. Nein, also die Leute heutzutage sind ja immer noch richtig fasziniert von diesem Vorfall, weil man halt nicht genau sagen kann, was ist denn da nun passiert. Also eines der umstrittensten und faszinierendsten Ereignisse in der Geschichte der UFO-Sichtungen. Und deswegen nochmal, also, dass wir dieses Thema noch nicht hatten. Ist schon krass. Ist schon ein bisschen unangenehm. Ja. Während natürlich es offizielle Erklärungen über diesen Vorfall gibt, die auf ein militärisches Ballon-Experiment verweisen, spekulieren natürlich die Teller-Randwanderer. Ich will jetzt nicht mehr Verschwörungstheoretiker sagen. Nee, ist ja richtig. Aber wir sind ja, wir machen ja jetzt hier keine Verschwörung. Das ist nur abseits des Tellers. Ja, ja, genau. Also spekulieren Verschwörungstheoretiker oder Teller-Randwanderer, das über den Absturz eines außerirdischen Raumschiffes. Boom. Und kein Ballon. Kein Ballon. Und natürlich die Regierung oder Regierungen das möglichst vertuschen wollen. Die Meinungen, die gehen unter den Menschen sehr auseinander. Und der Vorfall, wie ich schon sagte, der geht bis heute halt. Also immer wenn man über Ross will, wird sofort UFO-Absturz gesagt. Ich überlege gerade nur, 1947. Ja. Das ist nur zwei Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg, ne? Ja. Und dann kommt so eine Nummer. Ja, genau. Reden wir nochmal kurz drüber. Was wurde denn eigentlich dort gefunden? Und zwar wurden seltsame Trümmer gefunden. Unzählige Metallstücke, die mit auch Klebeband wohl zusammengehalten wurden. Stücke aus Kunststoff und Folienreflektoren. Und Reste eines schweren, glänzenden Papier-ähnlichen Materials. Also alles so ein bisschen merkwürdig. Was, ich nehme heute auch mal die Stellung ein der offiziellen Meinung, weil es immer wieder so vorkommt, weil man immer wieder vergleicht, was natürlich von dem Material, was dort gefunden wurde, eigentlich diese Ballon-Theorie gut stützt. Ich wollte gerade sagen, für mich klingt das jetzt gerade auch alles wie ein Ballon. Wie ein Wetterballon. Genau. Frage nur, ob die sowas schon damals hatten. Dazu kommen wir auch noch genau, denn ja, also entweder waren es wirklich Ballon-Teile oder Trümmerteile von irgendeinem UFO, von irgendwas, was wir halt irgendwie so nicht haben. Vielleicht ist das ja auch nicht papierähnlich oder nicht Klebeband, sondern irgendein anderes Material, was wir einfach nicht kennen. Kein irdisches Material. Ja, genau. Genau, er ereignete sich 1947, habe ich schon gesagt, im Monat Juli in der Nähe von Roswell, New Mexico. Deswegen ist es gar nicht direkt in Roswell gewesen, das muss man auch mal dazu sagen, sondern diese Area um Roswell. Aber das war halt die nächstgelegene Stadt, Dorf, wie auch immer. Die größte Stadt wahrscheinlich, oder die, ja, die nächste große Stadt. Ein Objekt stürzte ab, also es gibt halt auch Zeugenberichte, Augenzeugenberichte, ne. Ein Objekt stürzte ab und wurde auf einer Ranch gefunden. Und die US Army kündigte zunächst an, und das ist das Faszinierende, es handele sich um ein abgestürzte fliegende Untertasse. Ach nö. Das war die erste Aussage, die offizielle erste Aussage, die aber wahrscheinlich nicht einen ganzen Tag überlebt hat, sondern man nahm es sofort wieder zurück. Da gab es noch nicht so eine, wie heißt denn das nochmal, so Leute, die dafür zuständig sind, was in die Presse kommt und was nicht. Ich glaube nicht, das war noch nicht so. Weißt du, so eine Abteilung, die dann sagen, okay, wir vertuschen das, sondern da war das noch so, was ist denn da abgestürzt? Ja, irgendein Raumschiff. Das hat man einfach freie Schnauze rausgesagt, ohne drüber nachzudenken. Vielleicht ist das die Entstehung gewesen, dass du so, ey, wir brauchen immer irgendjemanden, der den Medien was anderes erzählt. Ja, ja, ich denke auch, weil die haben das dann, wie gesagt, die Aussage revidiert, also zurückgenommen und es wurde erklärt, es sei ein Wetterballon gewesen. Also deswegen, ich finde das schon alles ein bisschen strange, weil hätten die das nicht gesagt, dann wäre dieses ganze UFO-Thema mit dem Roswell-Absturz gar nicht so populär geworden, glaube ich. Wenn die Armee gleich gesagt hätte, das ist ein Wetterballon gewesen, ach so, okay, ich gehe weiter nach Hause. Aber da die das gesagt haben, dass das eine fliegende Untertasse war, ist natürlich, was? Genau, und so ist, das ist dieser kleine Ursprung, dieser eine Satz, der da getätigt wurde, dafür, dass Roswell jetzt eigentlich die Alien-Stadt ist, keine Ahnung. Das ist ja interessant. Ist richtig krass. Und das ist auf irgendeiner Ranch abgestürzt, das Ding. Ja, ja, da in dem Gebiet. Also angenommen, wir beide hätten später irgendwann mal einen Bauernhof als Beispiel und da fliegt ein UFO ab. So ist es. Also es ist jetzt nicht von irgendwie, von der Regierung, die da irgendwie Milch produzieren oder sowas, sondern das war einfach ein privates Haushalt-Ranch-Ding. Ja, ja. Und dann kommt da einfach die Armee angerockt. Was auch schon ein bisschen komisch ist. Ja, stürmt dein Geländer. Und du hast da nichts zu kamellen, oder wie? Ja, die haben das dann halt, genau. Das ist aber, das ist schon, ist das schon so ein typisches amerikanisches Ding? Ich denke, vielleicht, ja. Ich würde mich echt gerne mal ... Weil woher haben die das auch sofort mitbekommen? Das ist halt auch komisch, dass da was abgestürzt ist. Naja, eben deswegen, Leute, wir sind im Jahr 1947. Das ist jetzt nicht, dass jemand einen TikTok-Post macht oder keine Ahnung was und alles verlinkt und Hashtags macht. Das gab es nicht. Da hattest du noch Schnurtelefone und so ein Vörlefanz. Und es war jetzt nicht, dass da ... Vielleicht ist es auf dem Radar schon gewesen und die haben irgendwie gemerkt, oh, da fliegt irgendwas und es geht steil bergab. Weißt du, also das sinkt, das stürzt vielleicht sogar ab, dass man so weit schon ... Ich kenne mich mit Radartechnik nicht aus. Ich auch nicht. Ich kann nicht sagen, ob man da berechnen kann, dass die Geschwindigkeit sich so und so verhält und dass man dann sagen kann, das befindet sich im Sturzflug und so was. Und dass man dann so halbwegs berechnen konnte, wo es abstürzen wird. Also 1947, aber wir wissen ja, das Militär ist sehr viel fortschrittlicher als die Technik, die wir Normalbevölkerung haben. Nee, das Militär waren die Ersten mit Internet. Genau. Und jetzt werfe ich nämlich nochmal ein Ding rein, was die ganze Sache dann doch irgendwie ein bisschen mehr in die Ballontheorie wirft. Denn die US Army, die haben das dann ein bisschen spezifiziert, die Aussage bezüglich des Wetterballons. Sie meinten nämlich, dass das ein Überwachungsballon aus dem Projekt Mogul war. Hast du davon schon mal gehört? Nein. Okay. Dieses Programm, das war ein Armee-Programm, wurde genutzt, um sowjetische Atomtests zu erkennen. Was? Genau. Tests zu erkennen? Tests, Atomtests zu erkennen, schon im Vorfeld sozusagen. Und es bestand aus hochentwickelten Ballons, die akustische Überwachungsausrüstungen trugen. Also, dieses Projekt verwendete robuste Ballons und entsandte sie in große Höhen, um niederfrequente Schallsensoren in die Tropopause zu transportieren. Ist klar. Das ist eine, also umso weiter man ins Universum geht, umso mehr Schichten gibt es ja sozusagen. Das hast du vielleicht schon mal gehört. Um was? Umso mehr Schichten es gibt. Ja. Troposphäre gibt es, glaube ich. Also, wie die jetzt alle einzeln heißen, weiß ich nicht. Das weiß ich auch nicht. Das habe ich auch nicht nachgegoogelt, recherchiert. Deswegen, also in eine sehr weite Höhe haben sie diese Ballons geschickt. Und in diesem Teil der Atmosphäre, ach guck mal, in der Höhe von etwa sechs bis sechzehn Kilometern über der Erde, ist ja gar nicht so weit, können Schallwellen ungestört tausende von Kilometern überwinden, ähnlich wie unter der Meeresoberfläche. Und die Wissenschaftler glaubten, wenn sie dann diese Mikrofone mit den Wetterballons in diese Atmosphäre, in diesen Teil der Atmosphäre hochschicken, sie in diesen Schallkanal sozusagen die Atomtests der Sowjetunion belauschen können. Weil die Schallwellen ja ungestört kilometerweit sich ausbreiten können. Und sie dachten, sie können dann mit diesen Mikrofonen irgendwelche Tests aufnehmen oder Hinweise zu Tests. Also man muss ja auch bedenken, wenn man sich die Erde anguckt, oder die ist ja eine Kugel, also und man hat ja immer nur dieses Amerika links, Europa, Afrika in der Mitte und dann halt Asien rechts, wo ja auch dann die Sowjetunion war. Aber hinten sind ja Amerika und Sowjetunion, also wenn man es von der anderen Seite betrachtet, sind sie ja näher aneinander. Ja, ja. Also vielleicht, ja, wie auch immer. Und das Team von diesem Project Mogul erfand nämlich eine Reihe von Hightech-Materialien für diese Ballons und auch andere Geräte, die dazu notwendig waren, darunter auch ultraleichte und ultrastarke Metalle, Glasfaserkabel und feuerfeste Stoffe. Und das ist dann halt einer oder das sind mehrere Gründe dafür, warum einige Leute halt glauben, dass diese Trümmerteile von Roswell halt irgendwie aus dem Weltraum, also weil das ja abgestürzt ist und die dachten, das kommt aus dem Weltraum und das ist etwas, was wir nicht kennen, obwohl das aber ein Projekt von der Armee war, weil die schon fortschrittliche Technologie hatten oder Materialien, was sie verwendet haben, um irgendwelche Tests oder Sachen zu machen. Okay, das ist natürlich eine relativ knifflige Angelegenheit. Ja. Und zwar aus folgendem Grund. Also es ist natürlich fatal, ich weiß nicht ganz genau, wann der Kalte Krieg angefangen hat, aber wenn die schon zu dem Zeitpunkt da vielleicht Ideen hatten, da irgendwie die Sowjetunion abzuhorchen oder Tests oder was auch immer da zu überwachen oder zu kontrollieren, ich kontrolliere nicht, aber zu überwachen, dann ist es ja schon mal so, dass man der Armee das vielleicht gar nicht mehr übernehmen kann, dass die gesagt haben, komm wir sagen einfach, das war eine fliegende Untertasse, damit man nicht weiß, weil die Sowjetunion das ja auch erfährt durch ihre Spione, Agenten, was auch immer, wenn denn das heißt, nee, das sind Special-Wetter-Ballons mit Mikrofonen und damit können wir sowjetische Atomraketentests abhören. Denn wenn die Sowjetunion natürlich dann auch höre ich und sagen, ist ja interessant, was die Amis da so machen, weißt du, was ich meine? Also hat man sich dazu entschieden, okay, was ist das Logischste, was wir machen können, womit wir ablenken können und zwar am meisten. Du weißt ja, ne, guck nach links, dann guckst du nicht nach rechts. Ja, darüber habe ich gar nicht nachgedacht, aber meinst du nicht, dass es zu der Zeit dann auch irgendwelche anderen Erklärungen haben geben könnten? Nee, das war ja nicht vorbereitet. Dass es sich sowas so abwegiges wie Außerirdische nimmt. Der Mensch lernt ja, das Leben ist ja ein Lernprozess, so. Und man ist wahrscheinlich nicht auf die Idee gekommen, dass das für irgendwie so Aufruhr und Action sorgt, wenn da mal irgendwas abstürzt. Und deswegen hatten sie gar keinen Plan, was ist eigentlich, wenn so ein Ding abstürzt und die Leute sich fragen, was das ist, weil das kommt ja aus dem Himmel, aus dem Weltall sozusagen das Ding. Genau. Was erzählen wir den Leuten? So weit waren die ja noch gar nicht wahrscheinlich. Ach so, ja. Und dann dachten sie halt in dem Moment, Mist, unser Special neues super Überwachungswetterballonprojekt ist abgestürzt. Wenn wir jetzt sagen, was es ist, dann wissen die anderen unseren Anführungszeichen Feinde, was das ist. Und dann bauen die das auch oder rüsten sich dagegen oder keine Ahnung was. Deswegen lass uns mal irgendwas erzählen, was davon komplett ablenkt, dass du gar nicht erst auf die Idee kommst, zu denken, dass es so ein Überwachungswetterballon ist. Ach so, und dadurch, dass es aus dem All gefallen ist sozusagen und die Menschen sowas noch nie gesehen haben und dann das auch komisch fanden, wie komisch diese Materialien aussehen, weil sie zuvor sowas natürlich die Bevölkerung noch nicht gesehen hat, wurde denen als erstes gesagt. Es ist ein Ufo. Es kommt aus dem All, es ist was Außerirdisches, aber dann nimmt man das zurück und dann sagt man, es ist ein Wetterballon. Das ist natürlich auch eine gute Möglichkeit dann. Naja, logisch, weil die brauchten ja dann Zeit. Die haben ja erstmal gesagt, sag erstmal was, damit alle schreiben, es ist ein Ufo. Und dann, was, in Amerika ist ein Ufo abgestürzt, oh mein Gott, bababababababab. Und dann saßen in dem Moment schon die ersten, wie auch immer das heißt, ich hoffe, mir fällt es noch ein, wie man jemanden nennt, der sowas macht. Was? So ein Pressesprecher. Ach so, ja. So ein Pressesprecher, so ein richtiger, der dann aber auch Bullshit erzählt. Ja, oder Journalist oder so. Aber wie gesagt, viele dieser Materialien, die damals für dieses Projekt benutzt wurden oder hergestellt wurden oder entwickelt wurden, wie auch immer, werden halt heutzutage noch verwendet, siehe Glasfaserkabel. Da musst du dir mal überlegen, dass die US Army hatte 1947 Glasfaserkabel und jetzt werden überall Glasfaserkabel verlegt fürs Internet. Ja. Was ein krasser Zeitabstand ist. Das ist ein ziemlich großer Zeitabstand. Was hat denn das Militär heutzutage? Das sind fast 80 Jahre. Das musst du dir mal reinziehen. Na gut, das ist ja jetzt schon sehr viele Jahre, dass Glasfaser verlegt wird. Ja, logisch. Na, dann lass es 70 sein. Ja, aber was hat denn das Militär denn heutzutage an Technik? Das ist eine gute Frage. Ich bin, also ganz ehrlich, da kann man mich ja jetzt wieder für crazy halten oder irgendwelche Kommentare schreiben oder irgendwas. Ich geh felsenfest davon aus, dass die irgendeine Lasertechnik schon haben. So Laserpistolen und so ein Furlifanz, was du so aus Science-Fiction-Filmen kennst. Irgendwie so. Also ich rede jetzt von nicht normalen Waffen, so Peng-Peng-Kugeln, also so Patronen, sondern dass die schon irgendwas anderes haben. Also gibt es auch Laserschwerter schon. Na, das macht ja irgendwo auch keinen Sinn, weil das ist ja Licht und Licht ist ja eigentlich unendlich. Deswegen Function Locket ist ja eigentlich gar nicht, dass es begrenzt ist auf einen Meter zwanzig oder so. Ach so. Das ist ja ein Kristall, wo Licht durchgeht beim Laserschwert. Ah, ach so, da ist ein Kristall in dem Ding drin und der streut dann diesen Strahl aus, oder wie? Ja, dann drückst du halt auf den Knopf und dann kommt da halt Licht raus und dann hast du... Vielleicht gibt es doch irgendeine Technik, die das begrenzt. Das hat dann wahrscheinlich das Militär als erstes, ja. Ich frage mich sowieso, wenn dann immer so eine Filme rauskommt, da wird doch wahrscheinlich irgendwelche Gruppen von Menschen daran sitzen und versuchen, sowas nachzubauen. Irgendjemand hat sich so gedacht, ach cool, ein Laserschwert. Und dann wird da wohl irgendjemand versuchen, das in echt nachzubauen. Gibt es bei YouTube, kannst du mal gucken. Oder Filme beinhalten Sachen, Dinge, die es vielleicht doch schon gibt. Um den Menschen daran zu gewinnen? Ja. Das sagen wir ja schon länger, dass das so ist. Also, ihr lieben Tellerrandwanderer, was glaubt ihr denn? Hat das Militär jetzt schon viel krassere Sachen? Nein. Ja, nein. Was ist hier los? Hilfe. So, weiter im Kontext. Ich habe nur, du müsstest fröhlich, die wieder ganz rot gerade wird. Hä? Wäre doch nicht rot. Mich sieht ja keiner. Ich habe sie nur gefragt, etwas mit unserer Undercover-Zeichensprache. Und daraufhin hat sie dann, statt mit Zeichensprache, zurück, hat sie dann mit Nein geantwortet. Ja, nein. Na gut, weiter im Kontext. Schieß los. Noch mal zu den Trümmerteilen, die an der Absturzstelle gefunden wurden. Es gibt Berichte oder Zeugenaussagen, wie auch immer, die sagen, dass diese Materialien sehr leicht und ungewöhnlich waren, die sich verformen konnten, aber dann auch wieder in ihre ursprüngliche Form zurückkehren ließen. Also ich habe sie, ich, was denn? Ja, ja, sag. Also quasi, ich habe da irgendwie Hitze rangehalten, also Feuer oder sowas. Und daraufhin haben die sich dann so verformt durch irgendeine chemikalische, also durch irgendwie Physik, Chemie, weiß der Fuchs was. Und dann habe ich das Feuer wieder weggenommen. Und dann war das Blatt Papier wieder ein Blatt Papier, oder kann man sich das so vorstellen? Das ist wieder in diese Form zurück, in der sie Feuer war, ja. Das wäre crazy. Das ist ein bisschen, ja, wie in so einem komischen Alien-Film. Hm, so Schlabberzeug, da muss ich immer an so ein Schleimzeug denken. Mhm. Auf jeden Fall wird aber gesagt, dass diese Eigenschaften aber den Materialien entsprechen, die in Ballons und Radarreflektoren wohl auch vorkommen oder in denen verwendet werden. Ja, aber jetzt mal Butter bei der Fischer. Wir sind 1947, okay? Dann stürzt es da ab, was auch immer das war. Wir gehen jetzt einfach mal davon aus, es war ein UFO, okay? Okay, mit einem Außerirdischen drin oder mit keinem Außerirdischen drin, aber es war irgendein außerirdisches Flugobjekt, was nicht von der Erde kommt. So, als Beispiel. Jetzt gehen wir davon aus und sagen einfach, ja, da drin ist halt ein Material und um das zu vertuschen, sagt man ja, dieses Material kommt ja auch in Reflektoren und dies, das, jenes vor. Jetzt ist die Frage, haben wir das da vorgehabt, das Material? Ah. Oder hat man jetzt irgendwie zehn Jahre später, erst nach dem Absturz oder zwei Jahre später gesagt, naja, guck mal, also in unseren Reflektoren haben wir die Technik ja auch drin. Ja, aber hatten wir die Technik vor dem Absturz oder danach? Ja, das ist eine gute Frage. Das habe ich natürlich so genau jetzt nicht recherchemäßig herausgefunden, ob das damals schon da drin war oder ob wirklich etwas abgestürzt ist, wo wir was Neues kennengelernt haben und jetzt taucht es in den Ballons auf. So, und dann wird es halt abgegeben, naja, du, also in den heutigen Satelliten haben wir genau das gleiche drin verbaut. Ja, in den heutigen Satelliten, aber damals ist es vielleicht, dass wir das daher kennen und genutzt haben und gebaut haben, weil man sich das angeguckt hat und sich gedacht hat, ey, das muss ja, jetzt stelle dir mal vor, das ist wirklich ein UFO-Absturz gewesen. Und du bist so ein Wissenschaftler, Technik, Ingenieur, Superfreak und dann sitzt du da und hast halt diesen Trümmerhaufen vor dir und der wird dann mitgenommen, fein säuberlich gereinigt und du hast dann so einen Strahlenanzug an oder keine Ahnung was, aus Sicherheitsgründen und dann bist du in so einer riesen fetten weißen Halle und baust dann wie ein Lego-Set dieses UFO wieder zusammen. Ach so, in der großen weißen Halle, ich hab grad überlegt, hä, warum soll der denn in der großen weißen Halle stehen? Aber wenn der natürlich so ein UFO hat, dann braucht er ja Platz. Ja, und der muss ja alles sterile sein und alles ganz clean. Ja, das muss ja für so einen Typen richtig krass aufregend sein. Oder? Der hatte den Spaß seines Lebens, der hat das richtig zusammengebaut und saß dann da und irgendwann war das Ding fertig. Lego-mäßig. Und dann war er so, geil. Ja, deswegen, also über diese Zeugenaussagen wird halt auch berichtet, dass die sehr unterschiedlich sind oder im Laufe der Zeit auch verändert wurden, weil auch viele Berichte Jahrzehnte später noch aufgezeichnet wurden oder nachgefragt wurden. Und wenn du jemanden, der angeblich ein Augenzeuge von etwas ist, Jahrzehnte später nochmal dazu befragst, dann verändert sich ja vieles an der Aussage. Ja, logisch. Außer man schreibt direkt danach alles fein akribisch auf. Ja, aber ich stelle dir mal vor, du sollst irgendwie einen Aufsatz schreiben über deine Schulzeit. Oh Gott, ich weiß ja gar nichts mehr. So, und dann schreibst du eine Seite und dann frage ich dich in zehn Jahren wieder. Und dann vergleiche ich die Seite, die du vor zehn Jahren geschrieben hast und sage, also die Hälfte davon hast du vergessen. Ja, genau. Ist doch logisch. Ja. Nochmal, weil du den Kalten Krieg angesprochen hast. Ja, der Vorfall ereignete sich in der Zeit des Kalten Krieges, in der es eine hohe Geheimhaltung und Wachsamkeit gegenüber unbekannten Objekten im Luftraum gab. Klar. Genau, die Angst nämlich vor sowjetischen Aktivitäten trug zur Sensibilität gegenüber verdächtigen Vorfällen bei. Also die US-Regierung war da sehr, wie sagt man, sehr konzentriert darauf, irgendwas im Luftraum zu ertappen, zu erhaschen, was nicht von denen ist. Was halt so eine angespannte Situation einfach war. Na total, worüber ich nur gerade mich, naja, was heißt ärgere, nur, ich kann es nicht verstehen, wie kann man echt, äh, 47, weißt du, jetzt kommst du gerade aus dem Zweiten Weltkrieg und machst den nächsten Fördefans, weißt du, was ich meine? Ja, weil es halt alles noch angespannt war, weil es halt unterschiedliche Mächte gab, die da nicht konform waren. Mehrere Untersuchungen, ähm, so 1990er Jahren, die von der US-Regierung durchgeführt wurden, kam zu dem Schluss, dass das abgestürzte Objekt, also 1990er Jahre, ähm, dann ein Ballon des Projekts Mogul war und es keine außerirdischen Aktivitäten oder Objekte waren, die daran beteiligt waren. Also, das haben die dann nochmal so klar geäußert, 47, 1990. Ich wollte gerade sagen, so 43 Jahre später sagt man dann, du, das war ein Ballon. Ja, aber guck mal, wie lange dieses, dieser Vorfall in den Köpfen oder so präsent war. Ich meine, jetzt gibt es da irgendwelche Bücher, Filme, Dokus, also es gibt ja unheimlich viel, man kann da sich echt viel angucken, ähm, es ist total präsent, dieser Vorfall. Weil es halt der erste ist, ne? Sozusagen. So in dem Sinne, ja, genau. Also, der so in den Medien auftaucht und sowas. Da wir ja schon, ähm, ja. Einige UFO-Sichtungen in unserer Geschichte der Menschheit haben, gerade so in alten Gemälden und sowas, ne? Das könnt ihr ja mal in unserer Folge, äh, Kunst und Aliens, äh, euch anhören. Es gibt da ja einige Zeichnungen und Vorfälle weit, weit, weit vor Roswell. Deswegen, diesen Gedanken hatte ich auch irgendwie bei der Recherche, wann war eigentlich das allererste Mal, dass überhaupt Menschen darüber berichtet haben, dass es eventuell andersartiges Leben oder nicht erdisches, irdisches Leben gibt. Und da müssen wir ja so weit zurückgehen. So wie du gerade angesprochen hast, dass es so viele Kunstwerke schon alleine gibt oder irgendwelche Bücher oder Berichte, wie auch immer. Ja, aber man geht ja auch noch so weit nach hinten, dass man auch sagt, zum Beispiel bei den Mayas und Inkas, die, die, wo sie immer von ihren Göttern reden, dass das ja eventuell auch außerirdisches Leben sein kann. Sie stieg von dem Himmel herab. Genau. Und mit einem höllischen Lärm und, äh, Feuer brachte übers Land aus und sowas. Ja. Das klingt für mich wie ein Raumschiff, was halt laut ist und einen Düsenantrieb hat. Ja, und wenn man sich Steintafeln anguckt, also ihr wisst ja, ist ja unser Podcast. Achso, achso, oh, da habe ich mich ja auf Ende zu gehört. Es gibt ja so viele Zeichnungen oder, äh, jetzt wollte ich Hemmereien sagen, äh, Steintafeln, diese ganzen, nee, nicht Schnitzereien, das Holz, was ist denn? Naja, ihr wisst, was ich meine. Ihr wisst, was ich meine. Diese ganzen Flugobjekte oder. Stanzerei? Nee, es gibt's auch nicht. Nee, es ist was anderes. Ähm, die ganzen Flugobjekte da von dieser, äh, Platte von, nee. Ähm, Abydos. Ja, genau, Abydos. Ähm, oder diese ganzen komischen Männer mit den Raumanzügen, Finsteinen, diese Statuen und so. Ja, und die Zeichnungen der Hopi-Indiane und sowas. Ja, ja, genau. Da gibt's einiges überall auf der Erde verteilt. Deswegen, also dieses, dieses Thema, dass wir nicht alleine im Universum sind, existiert ja bestimmt dann schon mit Anbeginn der Menschheit. So in dem Sinne grob gesagt. Ja, sagen wir mal, seitdem es so eine normale Zivilisation gibt. Genau. Also jetzt nicht so, der Neandertaler wird jetzt nicht zum Himmel hoch geguckt haben und den Mond gesehen haben und gesagt haben, und den Untertitel, gibt's Aliens. Das ist ja auch mal ein interessantes Thema, wenn man sich mit den Neandertalern befasst, ob die schon irgendwelche Malereien oder so haben, wo du irgendeinen großen Kopf und kleinen Körper kennen kannst. Oder der war vielleicht nicht gerade der beste Zeichner. Ach so, ja, das kann natürlich auch sein. Naja, auf jeden Fall, ähm, Projekt Mogul, auch ein spannendes Thema, kann man auch nochmal ein bisschen nachrecherchieren. Ähm, die Regierung hat natürlich auch Dokumente dazu veröffentlicht, damit sie ihre Aussage, ähm, stützt, dass es keine Beweise für außerirdische Aktivitäten gibt. Also es ist eigentlich abgetan als Ballonunfall. Und zwar, ähm, äh, jetzt muss ich mal ganz kurz, äh, jetzt bin ich schon wieder, äh. Moment, dann kann ich ja mal kurz meinen Gedanken freien Lauf lassen. Also dieses mit dem Wetterballon, okay, irgendwo sage ich mir, ja, ich habe jetzt schon so einen Teil schon mal gesehen, ich weiß, wie das aussieht, ich weiß, was da verbaut ist und sowas. Nur, diese Wucht beim Aufprall, hat so ein Wetterballon wirklich so eine, so eine Wucht beim, bei einem Aufprall, dass da so viel kaputt geht und zerschmettert? Weil, jetzt mal ganz im Ernst, ich würde es jetzt nicht vergleichen oder so, wird auch bestimmt was wiegen, so ein Heißtuffballon. Wenn ihr zum Beispiel mal siehst, wie ein Heißtuffballon abstürzt. Aber der ist, glaube ich, viel schwerer als so ein Wetterballon. So, und wenn der abstürzt, dann, äh, was soll ich dir da sagen, da fällt halt nichts auseinander. Ja, aber wenn der jetzt zum Beispiel erstmal irgendwie in irgendeinem hohen Baum landet, dann wird, dann wird er mitgerissen durch den Wind, dann wird er zerrissen und dann landet er nochmal in einem Baum und dann in einem Busch und dann landet er irgendwann auf dem Boden. Ja gut, aber ich rede jetzt von einem, von einem Heißtuffballon, der einfach auf dem freien Feld abstürzt. Habe ich auch schon Videos gesehen und sowas. Ja, das ist eine gute Frage. Das macht dann bumm, aber da ist jetzt dieses geflochtene Korbding, wo du drin stehst, halt nicht komplett in tausende Einzelteile zerrissen. Oder eine Drohne, die du dir im Supermarkt oder, weiß ich nicht, im Internet kaufen kannst. Ähm, mit der du so in deinem Garten oder von deinem, oder auf dem Park rumfliegen kannst. Selbst wenn so ein Ding abstürzt, ja, das stürzt jetzt nicht aus, weiß ich wie viel, 16.000 Metern ab. Aber wenn das abstürzt aus 50 Meter, 100 Meter oder so, dann sind im schlimmsten Falle die Propeller im Arsch. Entschuldigung, die ich aussprache. Ja, ja, wer weiß, das ist halt alles nicht so richtig, äh. So ganz glaube ich das nicht, kaufe ich dir das nicht ab. Also du musst mich noch ein bisschen besser überzeugen. Ich bin zwar auch kritisch bei dem Thema, auf jeden Fall, aber ich bin jetzt noch nicht so, dass du mich überzeugen kannst. Naja, vielleicht rutschst du dann jetzt doch mehr in unsere Richtung wieder. Unsere? In die Tellerrandwanderer-Richtung, na auf jeden Fall. Aber es gibt halt keine wissenschaftlichen Beweise dafür, dass Außerirdische daran beteiligt waren. Sondern ganz klar und deutlich, es ist auf jeden Fall ein Wetterballon oder ein Spionageballon gewesen. Und dieser Vorfall an sich, ich glaube, ich habe es auch schon gesagt, aber der hat ja so stark Einfluss gehabt darauf, dass es unheimlich viele Verschwörungstheorien, also das war so auch mit ein großer Ursprung dafür, dass diese, dass wir so viel über außerirdische Lebensformen nachdenken. Weil das halt einfach, ja, dieser Vorfall wird mit außerirdischem Leben komplett verglichen immer. Das ist das Ding, ja. Genau, also zahlreiche Bücher, Filme, TV-Serien, Dokus, alles hat es nur weiter gefördert, nicht weiter gefördert, sondern es hat damit angefangen, dass wir davon eigentlich überzeugt sind, dass wir nicht so alleine sind. Überleg mal, was das für ein, wie heißt denn das, heute bin ich auch mal wieder mit meinem Latein am Ende, Wellen geschlagen. Ja, das ist ein schönes Wort. Und, ähm, dass man auch geguckt hat, also dass man dann so weit auch zurück in die Menschheit geht, weil diese Bilder, äh, um jetzt mal zu spoilern, unsere Kunst- und Aliens-Folge, das sind ja auch Gemälde aus der Renaissance. Ja. Ja, 14. Jahrhundert, 15. sowas, 13. glaube ich auch, ich bin mir nicht mehr gerade ganz sicher. Ähm, und das hat sich dann irgendeiner angeguckt und sich gesagt, äh, warum ist denn da ein UFO mit einem Beamer-Signal auf dem Gemälde drauf, was irgendwie von 1450 ist? Weißt du, was ich meine? Ja. Das sind so die Fragen, wo ich mir denke, warum hat da vor sich noch nie jemand dafür interessiert? Wahrscheinlich, weil, also, wenn du dir dieses Gemälde anguckst, das, was ich gerade beschrieben habe, du weißt doch, das mit dem, wo man das UFO sieht, was denn so das Licht nach unten, und dann ist da die Menschenmenge und sowas. Und wenn du dir so ein Bild anguckst, was, keine Ahnung, 500 Jahre alt ist, dann hat in der Zeit nicht irgendwann jemand gesagt, was soll denn das sein? Ja, bestimmt, weiß ich nicht, aber warum das noch nicht so, ich sage, es wird alles vertuscht. Tuschkasten. Genau. Es gibt einige Theorien, die besagen, dass an der Absturzstelle Leichen gefunden wurden, und zwar Leichen von außerirdischen Wesen. Diese Leichen seien von der Regierung allerdings beschlagnahmt worden und an einen geheimen Ort gebracht wurden. Also, das spiegelt ja dann auch wieder irgendwie die Theorie dar, dass das dann doch irgendwie was sehr Merkwürdiges da war und warum das Militär sofort so schnell an der Absturzstelle war. Weil bei einem Wetterballon oder bei diesem Ding, da macht man jetzt nicht so eine Action. Zumal wir 1947 sind, da ist ja auch die Wahrscheinlichkeit gering, dass da irgendeiner hingerannt ist, erstmal auf eine fremde Ranch, Hausfriedensbruch, das kommt dazu, sich da irgendwas gemobst hat und dann gehofft hat, oh, ich habe jetzt irgendeine Technik oder das Mikrofon verkaufe ich bei Ebay, weil das gab es ja alles noch nicht. Das war ja noch ein ganz anderer starker Mensch damals. Die hatten gerade den Zweiten Weltkrieg hinter sich, dann war jetzt das mit dem Kalten Krieg. Das war eine Situation, wo die Leute gesagt haben, okay, wir haben die eine Sache hinter uns, ein Glück, ist es vorbei und jetzt fängt hier irgendwie, brodet das nächste Ding. Also, die hatten ja ganz andere Sorgen, das war eine ganz andere Zeit. Es wird spekuliert, dass die US-Regierung geheime Untersuchungen und möglicherweise Experimente mit außerirdischer Technologie durchgeführt hat, um halt für uns selbst einen technologischen Fortschritt zu erzielen. Das wird behauptet und dann muss natürlich zu Area 51 eine Verbindung hergestellt werden, denn der Vorfall wird oft natürlich auch mit der geheimen Militärbasis Area 51 in Nevada in Verbindung gebracht, die angeblich außerirdische Technologie und Raumschiffe beherbergt. Also, entweder hat sie dieses Raumschiff, haben sie das damit hingenommen und die Leichen und arbeiten dann da dran sozusagen, oder es gab vorher schon auf Area 51 Sachen. Das wäre crazy. Genau. Es gibt Interviews und Berichte von Zeugen, die behaupten, sie hätten direkt oder indirekt Informationen über den Vorfall und die angebliche Vertuschung erhalten. Also, sprich, vielleicht sogar, weiß ich nicht, keine Ahnung, entweder irgendwelche Mitarbeiter oder so, die daran beteiligt waren, die dann darüber informiert wurden, dass sie halt nichts weiter sagen, es muss alles vertuscht werden. Und es gibt ja immer irgendwie so eine Leute, die dann doch später dann nochmal sagen, ja, nee, das war aber so und so. Ja, ja, meistens dann die, die irgendwie 80 Jahre alt sind, 90 Jahre alt sind und sagen, ach du, wenn ich jetzt hier zufälligerweise einen Herzinfarkt habe oder einen Autounfall oder sowas, ist auch egal. Also, ich gehe jetzt an die Öffentlichkeit und sage, das war nicht so. Genau, also ich habe hier gelesen, eventuell angebliche Regierungsmitarbeiter oder halt auch tatsächlich Augenzeugen vor Ort, die dann ja bestimmt auch militärisch in sozusagen, wie sagt man, beeinflusst wurden, dass sie halt nichts sagen dürfen. Quasi die ersten Whistleblower. Dass die normale Technologie ist, die da ist, dass sie weiter experimentieren können, um eine bessere Technologie zu entwickeln. Ich frage mich immer bei solchen Dingen, also A, warum die das machen, weil eventuellerweise ist da ja irgendwas Gescheites dabei, mit dem du halt was Positives bewirken kannst oder machen kannst. Irgendwie, äh, keine Ahnung, wir können eine Batterie machen, die kann den ganzen Haushalt für ein Jahr mit Strom versorgen, klimaneutral und weiß ich was. Also so nur nützlichen Sachen, ne? Oder, äh, mit dieser Strahlentechnik kannst du jedes Wasser auf der Welt komplett trink-sauber machen. Ja. Weißt du, was du denn so in dritte Weltländern einfach die Technologie hinbringen kannst, damit die nicht irgendwie, weiß ich nicht, zweieinhalb Stunden laufen müssen, um sich mal ein Glas Wasser zu holen. Sondern, dass die halt überall einfach sauberes Wasser haben. Ja. Das wäre doch schon mal ein Anfang. Ja, ja, sowieso. Aber dann ist wieder der Mensch dahinter, ne? Und der Mensch sagt dann, hey, damit kann ich Geld machen und werde reich. Ja, es ist schwierig, dass es so viele unterschiedliche Lebenssituationen auf der Erde gibt. Und vor allen Dingen auch immer dieses, äh, wir behalten das und wir sagen das keinem. Ja, ja. Anstatt, dass man dann einfach sagt, ey, lass uns die schlauesten Köpfe aus einer Nation dieser Welt einfach nehmen und dann treffen wir uns irgendwo und sagen, dann pass mal auf, Leute. Das und das haben wir gefunden. Wir haben eine Ahnung, was es sein könnte, aber wir wollten mal fragen, ob ihr mal gucken könnt. Da machen die so einen Wochenend-Workshop, so einen Get-Together und dann gucken sich das alles an. Die übelsten Ingenieure und Wissenschaftlern hast du nicht gesehen, die hier auf zwei Beinen rumlaufen und dann machen die was richtig Geiles für die Erde. Ja, genau, für die Erde. Ich wollte es auch gerade sagen, im Endeffekt ist das ja alles hier, es ist unsere Erde, würde ich jetzt auch nicht sagen, aber wir alle leben hier zusammen auf der Erde. Wir sind die Gäste. Und warum muss man sich bekriegen? Warum kann man nicht zusammenarbeiten? Dass da was Geiles zusammen machen, wo ist das Problem? Und es irgendwie versuchen, dass alle ein cooles Leben hier auf der Erde haben. Dass wenigstens so Sachen gegeben sind wie sauberes Wasser und weißt du, dass da einfach, dass hier keiner mehr verhungert. Ja. Dass du einfach sowas irgendwie hinkriegst. Ja. Das wäre doch mega. Ja. Was so ein bisschen die fliegende Untertassentheorie bestärkt, ist, dass ja viele Jahrzehnte später nach diesen Ereignissen ein Interview in die Öffentlichkeit gelangt ist. Und ich glaube, darüber haben wir auch schon mal gesprochen. Also Roswell ist ja im Juli 47 passiert. Und im Juni 47, also ein Monat vorher, gab es einen Piloten, Kenneth Arnold, der behauptet, bei einem privaten Erkundungsflug neun fliegende Scheiben gesehen zu haben. Laut dem Piloten bewegten sich die von Medien später als fliegende Untertassen bezeichneten Objekte mit fast 2000 Kilometern pro Stunde. Alter. Also, ich weiß jetzt ja nicht, ob man 47 schon so eine Technologie in einem Privatflugzeug hatte, dass man sagen kann, das waren 2000 Kilometer pro Stunde. Aber er wollte wahrscheinlich damit irgendwie irgendeine Richtlinie geben oder er meinte wahrscheinlich, das war halt ganz, ganz viel schneller als meins. Naja, guck mal. Pass auf, ich hab da eine kleine Erklärung dazu, eine kleine Solution, die könnte aber auch maximal falsch sein. Aber pass auf, weil ich bin ja kein Pilot. Wegen der Geschwindigkeit. Es gibt ja die Faustregel auf der Autobahn, wenn man Auto fährt, die du ja bestimmt auch noch weißt und dich daran erinnerst, als Berlins beste Autofahrerin. Zwinkel, Zwinkel. Haha, ich fahre sehr gut Auto. Ja, du hast eine Armee von Schutzengeln seit deinem Führerschein bei dir. Woran soll ich mich jetzt erinnern? Pass auf, wenn du auf der Autobahn fährst und man soll ja immer die Hälfte der Geschwindigkeit als Abstand zu dem Vorregenfahrer haben. Das heißt, wenn du 100 fährst, musst du 50 Meter Abstand zu dem Vorregen haben. Ja. Wegen Bremsweg, Reaktionszeit und dem Führerfahrer. Und da gibt es ja eine Regel, weil das kannst du ja mit Augenmaß, wird schwierig, aber es gibt ja so einen Tipp, wie du das machen kannst. Ach so? Ja, und zwar musst du zwei Sekunden zählen oder die Pfeiler. Du musst zwei Pfeiler Abstand zu dem anderen haben. Ja, tatsächlich, das kenne ich auch. Und somit berechnest du quasi irgendwie diese 50 Meter als Beispiel. Und als Pilot gibt es bestimmt auch irgendeine Möglichkeit, wie du aufgrund des Radars auf dem Boden oder Wolken oder was auch immer irgendwie berechnen kannst, dass du sagen kannst, okay, ich fliege jetzt, wie viel fliegt so ein Privatflugzeug? Absolut, keine Ahnung. Sagt keine Zahl. Sagt lieber keine Zahl. Irgendeine Zahl? So? XY? Wenn die fliegenden Untertasten 2000 Kilometer pro Stunde geflogen sind, dann hat er vielleicht, nee, wir sagen keine Zahl. So, und so ein Flugzeug, mit dem wir fliegen, jetzt in Spanien Urlaub zum Beispiel, die fliegen ja, glaube ich, 600 kmh. Ach so? Fliegt so ein Flugzeug. Was? Wenn mich nicht alles täuscht. Okay. Na gut. Ich glaube doch, jedenfalls, nur mal als kleinen Zwischendings. Ich habe gestern, habe ich auch Mini-Brain gezeigt, das Video. Ich habe gestern ein Video gesehen von einem Heißluftballon, der nach unten filmt. Der muss mega hoch gewesen sein. Und da ist so ein Urlaubsflugzeug, was unter ihm fliegt. Aber jetzt nicht dicht, sondern schon ein bisschen weiter. Also du siehst das Flugzeug, aber es sind schon ein paar Meter entfernt. Hast du an, wie schnell das ist? Weil du siehst doch, wenn du ein Flugzeug am Himmel siehst, denkst du dir immer, also irgendwie ist es nicht so schnell, ne? Ja, es sieht ja nur so aus, aber es muss schon schnell sein. Und dann, also dieses Video von dem Heißluftballon, wie der nach unten filmt, das ist ... Wie hoch fliegen denn Heißluftballons? Ja, ich war auch ein bisschen überrascht, dass der muss, der war mega hoch. Also ich, so oder so würde ich in so ein Ding niemals einsteigen. Nee, ich habe auch jetzt ... Wolltest du etwa in einem Heißluftballon? Nein, niemals. So Essen im Himmel sowas, kennst du das? Das so mit so einem Heißluftballon und dann isst du da oben und sowas in den Wolken? Nee, mit Höhe ist leider nicht so. Deswegen diese komischen ... Ich habe dir da letztens so eine Videos geschickt, da China will irgendwie so eine Weltraumaufzüge bauen oder irgendwie sowas. Ja, da bin ich auch raus. Also und dann fährt der ganz weit nach oben und dann gibt es da so ein Plateau, wo du dich dann auch hinsetzen oder wohnen kannst oder so? Keine Ahnung. Nee, Leute, bitte. Es gibt aber zu dem Vorfall natürlich auch Augenzeuge und der damalige Hilfs-Sheriff Charles H. Fogos berichtet im britischen Mirror 52 Jahre später von seinen Eindrücken der angeblichen Absturzstelle. Und darin erklärt er, als wir ankamen, war der Ort voll von Soldaten. Also man muss dir vorstellen, das Militär war noch vor der Polizei da. Ich sag ja, die müssen das irgendwie gesehen haben, auf dem Radar berechnet haben, wo stürzt es ungefähr ab und dann seid bereit und fahrt schon mal los. Ja. Nach etwa 20 Minuten wird dann auch der Hilfs-Sheriff aufgefordert zu gehen. Wie erklärt sich das? Jetzt kann man natürlich als Verschwörungstheoretiker sagen, ach krass, das ist doch der Beweis dafür, es waren außerirdische Körper, die sind jetzt in Area 51. So, das ist einfach ein UFO-Absturz gewesen. Jetzt gibt es aber eine andere Erklärung dafür und zwar hat die Luftreihe eine Reihe geheimer Dummy-Abstürze über Luftwaffenstützpunkten und Teststrecken durchgeführt in bewirtschafteten Feldern in ganz New Mexico. Und diese Experimente, mit denen Piloten testen sollten, wie sie Stürze aus großer Höhe überleben können, warfen gesichtslose Dummies mit Latexhaut und Aluminiumknochen ab. Und Einheimische waren davon überzeugt, dass es sich bei den Dummies tatsächlich dann natürlich um außerirdische Kreaturen handelte, die von Regierungswissenschaftlern entführt wurden, um mit ihren Experimente durchzuführen. Unterstützt wurden sie in ihrem Glauben durch das Militär, dass diese vermeintlichen Leichen schnellstmöglich von den Absturzstellen abtransportiert wurden. Natürlich alles so ein bisschen kurios, das sieht komisch aus, dieser Körper, und dann wird das schnell abtransportiert. Na klar, als Nichtwissender würde ich auch denken, was ist denn das Komisches? Weil ich glaube auch nicht, dass 1947 das so populär war, dass es so eine Art Dummies gibt irgendwie. Es gab Schaufensterpuppen schon, keine Ahnung. Ja, Unfalldummys, genau, wie auch in Autoship. Ja, Schaufensterpuppen gab es schon. Ja. Ja, natürlich. Ja, ja, ja. Genau, also deswegen, das ist alles ein bisschen merkwürdig. Waren das jetzt Dummy-Testungen, aber auch so hohe und dann überleben? Wann haben die das erklärt, dass es das war? Auch schon zu dem Zeitpunkt oder später? Warte mal, nee, das haben die glaube ich auch später berichtet als Erklärung. Ja gut, dann haben wir also, die Publicity-Abteilung war dann schon da, die sich darum kümmert, und die hat dann sich wahrscheinlich Brainstorming was überlegt, okay, was können wir den Leuten für einen Fürlefans erklären. Aber warte mal, also das sind gezielte Abstürze gewesen, mit Absicht. Experimente, und genau, damit man herausfinden kann, wie man Stürze aus großer Höhe überleben könnte. Aber das ist ja total blöd, ne? Ja, ja, warte mal ganz kurz. Das heißt auf gut Deutsch, du willst mir also erklären, ich sag jetzt nicht, dass du mir das erklärst, sondern die Recherche mir das erklärt, dass die US-Regierung einfach irgendwie randommäßig Flugzeuge abstürzen lässt, um zu gucken, und das macht man dann so auf privaten Ranchen und sowas, und nicht irgendwie auf einem Area 51-Gebiet oder sowas, gigantisch groß ist, wo du sowas machen kannst, wo es keinen juckt, weil da niemand ist, aber du lässt es dann einfach so, in deiner privaten Ranch fällt dann einfach so ein Flugzeug rein und du denkst so, naja, wir machen hier Tests, wie sich das verhält. Na, angeblich gab es Teststrecken bei nicht bewirtschafteten Feldern in ganz New Mexico. Theoretischerweise hätte es nicht auf so einer Ranch abstürzen dürfen. Deswegen, es gibt so viele Sachen, und wenn jetzt nur dieser Dummy runterfliegt, woher kommen denn dann diese ganzen komischen Papiermaterialien und so? Oder saß der Dummy in so einem komischen Gerät und ist dann abgestürzt aus dem Flugzeug? Also es ist alles sehr merkwürdig. Das ist alles so, als ob man so, lass uns alles, was irgendwie geht, erklären und raushauen, und dann ist das so ein Wirrwarr und so ein Durcheinander, dass man dann einfach aufgibt. Und dass du einfach sagst, ja komm, irgendwas wird's von der Regierung will, irgendwas, irgendein Test, irgendein Experiment, komm Jolo, lass uns weitermachen. Genau, und ich glaube, zu jeder Augenzeugenaussage, die dann wieder irgendwie einen neuen Aspekt beinhaltete, haben sie dann wieder irgendeine Erklärung gemacht. Ja, und jetzt wird's ja knackig, dass auch noch keiner da sitzt und sich denkt, ey Leute, erst war's ein Wetterballon, dann war's ein Abhörexperiment, dann waren's Testflüge, um Testabstürze zu simulieren, wie man sich verhält, dann war es das. Also, irgendeiner, wenn es wirklich von der Regierung kommt, dann wird dir irgendeiner sagen, ja, das war auf Montag und das hab ich gemacht, das hab ich geplant, jedes Projekt. Das, ja, ist halt ein bisschen komisch. Das ist, also im Endeffekt ist es die Regierung angeblich gewesen, aber keiner kann sagen, ja, ich weiß, keine Ahnung, was hast du an dem Tag gemacht, da hatte ich Urlaub. Also, verstehst du, was ich meine? Das ist so, du kannst doch nicht acht Gründe sagen, die es waren und alle sind unterschiedlich und keiner weiß, keiner kann's bestätigen und keiner kann wirklich sagen, ja, das war's. Ja. Es ist alles sehr merkwürdig, man weiß es bis heute tatsächlich nicht, was ist da jetzt wirklich passiert, leider kann man's nicht beantworten. Man kann nur sagen, und das fand ich ganz witzig irgendwie, diesen Satz, dass dieser Vorfall ein bestimmter Aspekt der Identität des gesamten Gebietes sozusagen jetzt geworden ist oder dieses Gebiet, so wie es vorher war, gewandelt hat. Und Roswell und New Mexico jetzt nicht mehr nur als Roswell und New Mexico sozusagen dasteht, sondern die Stadt Roswell jetzt einfach irgendwie total mit UFOs, mit diesem UFO-Thema überladen ist. Weil es gibt tatsächlich in Roswell ein UFO-Museum, ein Forschungszentrum, einen wirklich von fliegenden Untertassen inspirierten McDonalds, es gibt Straßenlaternen mit Alien-Motiven und sogar eine außerirdische Familie, die auf der State Route 285 mit ihrem UFO gestrandet ist und nach einer Starthilfe sucht. Also, da stehen wirklich Figuren. Ich hab auch gesehen, dass das Ortsschild Roswell, da steht halt ganz groß Roswell und dann ist oben links auch so ein UFO drauf. Ja, und Hunderttausende von Neugierigen besuchen noch heute jedes Jahr Roswell und um die Absturzstelle mit ihren eigenen Augen zu sehen und vielleicht irgendwie für sich selbst, hab ich gelesen, es klang auch so schön, die Wahrheit für sich selbst herauszufinden, was wirklich dort in Roswell passiert ist. Ja, also wer weiß, aber das scheint ja ein großes UFO-Alien-Museumsgebiet zu sein, die Stadt. Ja, vor allen Dingen, was willst du dir in dem Museum da angucken? Das hab ich mir grad gestellt. Naja, ich denke mal, vielleicht allgemeine Sachen über Alien, UFOs und keine Ahnung, Bilder vielleicht von der Absturzstelle nochmal oder... Würdest du da hinwollen? Ja, würde ich hinfahren. Nach Roswell in New Mexico? Amerika? Ja. Musst du aber lange im Flugzeug fliegen, ne? Ja. Ja, das ist halt so ein bisschen blöd. Über den großen Teich, wie man so schön sagt. Über den großen Teich. Ja, Wahnsinn. Also, dass die Stadt daraus natürlich Geld macht, ist ja logisch, kann man denen nicht verübeln? Ne, finde ich auch. Und das ist dann auch witzig gemacht, wenn dann überall so das alles so ein bisschen inspiriert ist. Und dann, wenn du da nach Roswell fährst, auf einmal an so einem gestrandeten Alien-Familie vorbeifährst, die stehen da wirklich, du kannst dich da hinstellen, nehmen die und Fotos machen. Musst dir mal Bilder angucken. Ihr müsst euch da draußen natürlich auch Bilder angucken. Ja, natürlich. Das klingt witzig. Na, so ein Roadtrip wäre doch dann, wäre doch spaßig. Man fliegt nach New York, guckt sich ein bisschen New York an und dann steigt man ins Auto und fährt da einfach mit dem Auto hin. Ja, obwohl ich auch schon viel... True Crime, Roadtrips in Amerika gehört, die, naja, vielleicht kommt man da auch irgendwie schneller und einfacher hin als alleine mit dem Roadtrip. Alleine nicht. Nee. Was glaubst du denn, was ist denn deine professionelle Perspektive der Geschehnisse? Professionelle Perspektive? Ja. Der Geschehnisse? Ja. Also, Aliens oder Wetterballon? So wie die Wetterballons vor kurzem, die gesichtet wurden in Amerika. Es sind immer Wetterballons. Es sind immer Wetterballons. Ja, wirklich, man lacht da drüber, aber ich glaube, also jetzt mal ganz im Ernst. Ja. Das, was uns gesagt wird, und wir sagen es ja eigentlich immer, aber man kann doch nichts mehr glauben. Es steckt doch immer mehr dahinter, als uns gesagt wird. Ja. Leider. Ja. Also, ich finde auch, dass es mit dem Anlügen immer schlimmer wird. Ja, und gerade jetzt, wo es die KI gibt. Wie oft schicke ich dir etwas, wo du sagst, das ist doch mit der KI gemacht. Ich bin so ein Blödian, der glaubt das alles. Ja, schlimm, und davon gibt es genug. Wenigstens habe ich manchmal, wenn ich hier sitze und mit dir den Podcast aufnehme, so Anwandlungen, dass ich etwas kritisch dem gegenüberstehe, obwohl du mich in die Realität zurückholst. Siehst du? Gerne. Ja. Man nennt mich auch Neo. Nee, Morpheus bin ich ja dann. Der mich in die Realität zurückholt? Der Neo hat ihn zurückgeholt? Nee, ich bin, ich habe Neo nie. Also, du bist Neo. Was? Du bist der Auserwählte. Ja, na, das ist ja wohl nun keine Frage, oder? Also, jetzt nochmal, nachdem ich jetzt, ich stelle die Frage nochmal. Was glaubst du, was in Roswell damals passiert ist, 1947? Ist da ein Alien abgestürzt, also ein UFO abgestürzt, oder? Ja. Oder ein Wetterballon. Oder ein Wetterballon. Du wolltest jetzt nicht aussprechen, nochmal. Ich wollte es nicht sagen, ein Experiment. Ja. Was denkst du? Was denkt ihr? Hast du darauf schon geantwortet? Ach, du fragst mich jetzt wirklich. Ich will deine Meinung wissen. Ach so, ich dachte, du sprichst unsere HörerInnen an. Wow. Ich glaube, es war außerirdisch. Es war ein Flugzeug? Trotz diesem ganzen kalten Krieg und Projekt Mogul und weiß ich nicht was allem. Aber ich glaube nicht, dass die damals so, ich sag's jetzt mal smart waren, dass sie einfach gesagt haben, komm, sag mal jetzt irgendwas Krasses erstmal schnell. Ich glaube, das, was die früher als erstes gesagt haben, entspricht der Wahrheit. Weil sie es noch nicht besser wussten. Weil sie noch nicht so, wie soll ich's jetzt sagen, ohne jetzt irgendein blöden, böses Wort zu sagen, weil die früher noch anständiger waren in ihrem Verhalten. Und nicht so, ach, mir fällt das Wort jetzt nicht ein. Da weiß ich nicht, welches Wort du da jetzt probier nochmal den Satz zu sagen. Na, die waren früher halt anständiger. Und das, was sie als erstes gesagt haben, entspricht auch der Wahrheit. Die waren nicht so, wir müssen jetzt hier alle belügen. Ah, ich weiß. Es schlummert mir. Ich merke richtig, wie es in meinem Kopf kreist, dieses Wort. Ich hab das böse Wort im Kopf. Wow, welches böses Wort? Da gibt's ja mehrere, wenn man so ... Biestig? Nee. Nee, mhm. Sag's lieber nicht. Nee. Ich hab jetzt aber hier noch eine andere Information. Ich hätte am Anfang der Folge wieder sagen sollen, dass Solution was hat, was auch wieder crazy ist. Mhm. Ich möchte nur mal, aber der Abstand ist mir jetzt ein bisschen zu weit, weil erinnerst du dich noch daran, dass ich mir gesagt, dass ich dir mal gesagt hatte, dass ja 47 angeblich das UFO abgestört ist. Und kurze Zeit danach kam auf einmal der erste Computership auf die Welt. Ich hab nämlich erst mal nachgeguckt, wann das war. Also wirklich, das erste winzige Bauteil von einem modernen Chip wurde am 12. September 1958 präsentiert. Also neun Jahre danach. Und der erste Computership von Intel übrigens, wohlgemerkt, der auf den freien Markt vertrieben wurde, kam 1971 am 15. November. Boah, was? Also 58. Also neun Jahre nach Roswell kam der erste Chip. Also so lange haben die Menschen gebraucht, um in das System zu blicken. Naja, du, jetzt ist halt die Frage. Also war da jetzt die ganze Zeit schon irgendein schlaues Team dahinter, irgendwie sowas zu bauen? Oder wurde man angeregt und hat gesagt, was ist denn das? Ja, das meinte ich ja. Und dann haben sie neun Jahre gebraucht, bis sie so ein Ding sozusagen produzieren, also erst mal verstanden haben, wie das funktioniert, wofür man das gebrauchen kann. Das ist ja das Ding. Genau. Und dann sozusagen das geschafft haben, dass wir Menschen so etwas hergestellt haben und es funktioniert. Dafür haben sie neun Jahre gebraucht. Du, ganz ehrlich, ohne Witz, in der damaligen Zeit, finde ich, klingt das realistisch. Ja, ja, nee, ich will das ja, also, na klar, meine erste Reaktion war ein bisschen so, boah, neun Jahre haben die gebraucht, aber klar, das ist ja Mikrotechnik. Ja, und präsentiert, deswegen sage ich ja, das ist schon eigentlich. Kann ja auch sein, dass jetzt schon 55 fertig war das Ding und man sich gedacht hat, ah, es ist noch zu früh, den Menschen das zu sagen. Das auch. Und wenn man wirklich vorher als Mensch noch nicht die Idee oder die Vorstellung für sowas hatte, dann ist es natürlich, ja, dann haben sie da gut dran gearbeitet. Vielleicht war da auch wieder mein Team, was daran gearbeitet hat und gesagt hat, Leute, der Computerchip, den hatten wir nach zwei Jahren, hatten wir den ready, nach dem Absturz. Ja, war 49 schon ready. Hätten wir den dann aber rausgebracht, hätten die Menschen gesagt, ja, dann habt ihr das von dem UFO, die Technik, dass da irgendwelche so ein bisschen das Misstrauisch betrachten. Und dann haben sie halt überlegt, mein Team, lass uns mal neun Jahre draus machen, denn ist es ein bisschen realistischer, dass die ganze Zeit schon so Wissenschaftler, Ingenieure und weiß ich was, Computerfreaks, daran getüftet haben. Generell unabhängig von dem Absturz. Unabhängig, ja, logisch, so. Nur, es ist halt auch so, im Endeffekt, auf der einen Seite ist es leicht gesagt, dass du dann sagst, es hängt alles mit dem UFO da zusammen, weißt du, und auf der anderen Seite ist es so, dass du trotzdem sagst, naja, aber vielleicht war das ja doch der Anstoß. Ja. So von wegen, was ist das? Wir werden es leider nie erfahren, außer wir können in die Zeit reisen und uns im Militärstille Maus spielen. Genau, und wenn jemand da draußen eine Zeitmaschine hat, dann kann er uns gerne schreiben. Sehr gern. Ihr kennt unsere Kontaktinformationen, das ist hier überall Social Media und hast du nicht gesehen und schreibt uns gerne mal eure Meinung zu Roswell, was glaubt ihr, was habt ihr gelesen, kennt ihr Dokus oder Bücher oder weiß der Fuchs was, seid lieb vor allen Dingen dabei bitte und ja, empfehlt uns gerne weiter, bewertet uns überall super gut, das würde uns sehr helfen und da wären wir euch auch sehr dankbar, richtig, Brain? Richtig. Brain sieht aus, ob sie gleich einschläft. Äh, ich hab grad irgendwie, ich hab so schlecht. Du hast ein bisschen Rücken, ne? Ja, weil ich, äh, leider auf der Ausziehcouch bei Minibrain schlafen musste. Oh. Ja, Leute, so ist es, wenn man Kinder hat und die haben einen Albtraum, ähm, stellt euch drauf ein, aber ihr könnt euch auf was anderes einstellen, dass wir uns nächste Woche wieder hören, boah, das war ne, das ging runter wie Öl. Das ist schön gewesen. Das war ein Übergang. Gut, Leute, man darf auch mal sich selbst auf die Schulter klopfen. Darf man, ja. Danke. Dann, ähm, habt einen schönen Tag, eine schöne Woche, äh, eine schöne Nachtschicht oder was ihr auch gerade macht, ihr macht ja alles hier, wir danken euch fürs Zuhören und Brain hat euch zum Abschied etwas zu sagen, was ihr wirklich mal beherzigen solltet. Bye, bye.